Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin es der Schansen und wir spielen jetzt hier weiter und zwar sind wir jetzt gerade ja vor ihr sind wir gerade geflohen. Jetzt müssen wir mal gucken wie es hier weitergeht. Die werden uns ja wahrscheinlich weiter verfolgen nachher. Aber wir müssen mal gucken. Hier brauchen wir jetzt runterzunehmen. Was wenn sie recht hatte, wenn ich sie jetzt nicht besiegen kann? Keine Sorge, nächstes Mal sind wir vorbereitet. Wir werden sie besiegen. Waren wir alles kurz noch klein, aber ich finde hier gar nichts. Was? Gut, wir müssen mal gucken wo wir hin sollen. Das ist auf jeden Fall nicht einfach glaube ich. Ich glaube es ist jetzt schon ordentlich was an der Marmel. Was ist das denn? Da kann ich rüber laufen, okay. Aber wie komme ich denn da rüber? Eine Tür? Und dahinter müssten wir irgendwie hinkommen. Da geht auch eine Tür auf. Aber ich glaube... Warte mal... Da komme ich nicht so einfach rüber. Geht auch nicht runter. Da sind wir gekommen. Wir müssen mal rüber, ne? Das ist eine gute Idee. Hä? Wenn wir runterspringen, kann ich auch nicht. Und dann ein Seil runter, bringt das? Bringt ja auch nichts irgendwie, ne? Und dann, wir verzessen nochmal. Wir gehen mal runter und gucken, wie es das bringt, wenn wir ganz unten sind. Gut. Da sehe ich hier irgendwas, wo ich mich hochziehen kann? Ich glaube nicht. Ist doch nix. Neiße. Aber so. Das geht auch. Okay. Wieder raus. Hier geht es weiter. Okay. Cool. Keine Ahnung, was wir jetzt genau machen sollen. Aber wir werden es rausfinden. Wählen den gewünschten Schwierigkeiten. Ja, 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 ja. Okay. Nö. Den Schwierigkeitsrat lassen wir einfach auf normalen Mittel. Muss reichen. Ich weiß, was ihr braucht. Aber ich werde meine Zunge hüten. Ah, okay. Oh, wir haben zwei Schleifern bekommen. Was ja ganz gut ist. Oh. Habt ihr etwas zum Runterspülen? No move. Oh, die müssen da drüben hin. Ich fühle mich, als würde ein Leichentuch auf mir liegen. Mein Geist ist schwer. Jetzt. Weiten wir mal in die Richtung. Falle anscheinend hin. Legt ein tote Kamel. In der Falle. Das wird ein guter Kampf. Wir müssen noch ein schneller Kampf. Da können wir nicht einfach runter. Diese Fähigkeit haben wir aber noch nicht. Ja. Oh. Gut. Oh, nur mit dem Testen, ne? Damit. Hierher. Los. In die Richtung. Ja. Weiten wir wohl in die Richtung. Verfolgen wenn wir die Quest. Ohne müssen wir haben wollen. Zu uns total das machen. Hör da. Was ist es denn diesmal? Ich will das jetzt nicht verschwenden. Hör da. Hör da, mein Name. Hör da. Gut. Ich will das nicht kaputt machen. Hoche vielleicht nachher nochmal. Da sieht es aus ob wir da runterrutschen und keine hochlaufen. Da kann man bestimmt nicht. Oder kannst du da hochlaufen? Das geht nicht. Und weg ist sie. Ah, okay. Jetzt haben wir mal einen Startpunkt schon mal. Für uns. Oh, irgendwas passiert hier. Scheusalhornisse. Diese übergroßen Hornissen liegen und wüssten dann ausgedehnt. Und die Netze greifen jeden an. Gebt der Gott der Erde. Wer würde verwandeln, das wird wahrscheinlich in diese Richtung sein. Folgt der Spur aus Knochen. Noch mehr Geschrei? Hat schon wieder etwas den großen Petar verärgert? Oh, die Schwäche menschlich... So viele große Knochen. Ich hoffe, die gehören alle zu dieser Kreatur. Und nicht dem, was sie fraß. Ich hoffe, ihre Mahlzeit hält sich noch hier auf. Sieht lecker aus. Warum hat uns Petar wohl hierher geschickt? Oh. Oh, ich warte, wo ich immer warte. So weit weg. Ich muss irgendwie näher ran. Aber warte mal, jetzt wird es jetzt schwierig. Ob sie hier hinkommt, weiß ich nicht. Ist mir aber auch ein Geschnuppe. Ob sie immer hinterher, ne? Mach's mal hier runter. Sollen wir noch mehr längs müssen. Und ob ich hier hoch springen, ne? Ach so, dann müssen wir kurz mal runter hier. Ich seh, dass das ja auch gleich runter gemacht werden muss. Man muss nicht runter gemacht werden, das wäre Quatsch. So, ich frage, wo wir hin müssen. Darunter. Ich muss schon auch länger machen später, die Kette. Beschwert, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und wieder runter. Geht weiter, ne? Hier noch so ein Ding, wo wir rankommen. Und nicht mit diesem hier. Vielleicht diese Fücher auch. Gut. Die Geier kreisen schon wieder. Das sieht ganz cool aus. Was ist das? Sind das die Überreste einer alten Gottheit? Oder nein? Hat jemand endlich Apophis erschlagen? Oder hat er sich seiner Knochen entledigt? Um gestärkt wiederzukehren? Das ist jedenfalls nicht der Piedema. Wer? Ich vergass. Ich reise mit Fremden. Ihr seid hier fremd. Kein Nuss dran. Warum nicht? Schieb nicht. Verstehe ich nicht. Das sieht doch aus wie so ein Ding, was wir uns auch immer machen können. Na gut. Okay, mit again. Okay, hier ist ein Ding. Fuck. Fuck. Ich habe mir einen Schwenker dran. Okay. Mir geht's gut. Ich habe mir einen Schwenker dran. Ich brauche das nicht. Nicht jetzt. Ihr braucht das vielleicht später noch. Will das jetzt nicht verschwinden. Vereint euch und heilt mich. Heb das für später auf. Der nächste Hieb wird härter treffen. Ja. Mir geht's gut. Ich brauche das nicht. Heb das für später auf. Nicht jetzt. Wir brauchen das vielleicht später noch. Will das jetzt nicht verschwinden. Nicht jetzt. Wir brauchen das vielleicht später noch. Heb das für später auf. Um. Heimt. Entschuldigung. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das war ein... Lapper, 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 Lapper. Alter Schwede. Krass. Wenn ich es nicht als erstes schaffe, dann sterbe ich gleich. Habe ich wirklich gedacht, dass ich gleich sterbe? Ich war so schlechtig dran. Perfekt. Da kann ich nochmal ein Ding. Und dann lass mal gucken, was es hier zu bieten hat. Danke, Scheiße, ey. Gut. Der Vogel muss im Schädel sein. Gut. ein paar dieser knochen könnten sich wieder einringen wo sollen die einringen ist die frage das sieht aus ob da oben irgendwas hin muss ok Ah, okay. Ah, okay, warte mal. Ne. Ach, hier ist jetzt ein Laufding. Okay, okay. Jetzt kann er längst schwingen auf jeden Fall. Okay. Kann er jetzt laufen? Oder fehlt das Stück, ne? Na gut, lass mal versuchen, erst mal ihn, das Stück da hinzulaufen. Aber das hinkriegt. Wo ist er denn da? Ein Anfang war da, oder? Das könnte doch eigentlich was werden. Aber wie in diese Richtung schwingt, oder? Der Winkel dieses Knochens stimmt nicht. Wenn seine Oberflinke doch nur etwas glatter wäre. Noch mehr Lücken. Anscheinend brauchen wir erneut diese Knochen. Ich würde es ja selbst machen. Doch nun seid ihr gefragt. Okay, und da könnte er jetzt da rüberspringen. Das ist wahrscheinlich. Und dann dahin? Okay. Ja. 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 Und da könnte er da rüberspringen. Ja. 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 kurz hier ist so ein ding da können wir schwingen da drüben muss wieder was ran ok warte mal kann das reichen um da hinzukommen wir testen jetzt mal müsste eigentlich ja ein nickerchen sollte euch guttun ich habe aber noch ein ding aber noch so ein ding dahinten wo waren wir sie das nicht noch mal laufen dass er kacke das ist ja blöd man das ist auch blöd was war er hat denn Wo? Oh! Kannst du... Quick. Das war's. Okay, dann hat's euch. Eigentlich brauchen wir noch mal. Obwohl das müsste reichen, so wie wir es gerade eben gehabt haben. Ich muss schneller werden. Wow. Alles geschafft. Ich sollte ihn erlösen, oder? Oder ich könnte ihm helfen. Ich kann helfen. Was kümmert euch ein Falke? Was, wenn mich ein Panther nicht gekümmert hätte? Echt im Versteck, ne? Wollte ich nur machen. Der Falke wird ohne Nahrung eingehen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wie kommen wir denn da hin? Keiner Weg. Achso, warte. Können wir so eine Linie machen? Okay, der bringt mir gar nichts. Wenn wir hier diesen Weg runter machen. Wenn wir wieder da hochklettern können. So. Und jetzt. Was soll ich denn da hinkommen zu den Falken? Jetzt keine Kette oder sowas. Hm? Was musst du denn hier machen? Kann ich auch nicht hinchecken. Warum nicht? Es gibt ja auch keinen anderen Weg. Hm. Ich muss auf die Quest gucken. Was ist denn das Questbuch jetzt? Was? Äh. 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 Und hier ist Hallen durch. Ich spreche dem Versteck mit jemanden, der sich mit Wildtieren... Achso. Ich muss jetzt mit jemandem reden, der sich hier auskennt, nicht? Machen wir das doch mal. Wie kann das sein? Egal, wir blicken mal hier hin. Ist ja vielleicht die Tante, die da vorne mal steht, also die Wache von ihm, von Horus' Damen. Könnte ja sein. Ich weiß es nicht. Erstens mal. Kennst du dich mit Wildchen aus? Wisst ihr irgendwas über die Tierwild? Genug, um zu wissen, dass unvorbereitet auf die Jagd zu gehen gefährlich ist. Viele eilen in die Toten walten, nur um von dem riesigen Skorpion verschluckt zu werden. Okay. Seid vorsichtig. Wen soll ich denn jetzt reden hier? Was war es jetzt? Ich habe einen Tipp bekommen und jetzt muss ich da hin? Das ist Quatsch, oder? Warte mal kurz. Wir müssen, wir müssen, ich will die Quest hier verfolgen, müssen die. Ähm. Okay, einen Dogobab machen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt einmal gucken. Ah. Ah. Du bist damit ausgerichtet? Wir erzählen euch davon. Ich bewache Horus mit meinem Leben, weil er für das Meine kämpft. Erzähl irgendwas mit Ägypten. Banditen und Bestien suchen Schutz vor der Wüstensonne. Wenn ihr mutig seid, wagt euch dorthin, wo sie lauern. Vielleicht findet ihr etwas wertvolles. Ich bin im Kampf geübt, aber ein Grab würde ich nicht schänden. Der Sterbliche, der auf euch wartet, scheint nicht solche Skrupel zu haben. Wollen wir alle fragen mal durch. Der Arnch? Ihr könntet ihn Hero geben. Gefiederte Kreatur. Seht am Wachtturm nach. Ich bewache Horus mit meinem Leben, weil er für das Meine kämpft. Wenn wir der Tierwelt wissen haben. Genug, um zu wissen, dass unvorbereitet auf die Jagd zu gehen gefährlich ist. Viele eilen in die toten Weiten, nur um von dem riesigen Skorpion verschluckt zu werden. Sieht also. Ich werde hier bleiben. Sie hat ja das Ding über dem Kopf, wenn man sieht. Aber es ist nicht das Richtige. Gehen wir hier raus kurz. Militarium. Woher wir nicht hin? Ich gehe mal hier da hin. Ansonn versteckt. Oben bei uns. Da draußen ist ja... Da hinten. Da hinten. Wollen wir ihn haben? Wollen wir ihn haben? Ja, das muss auch passen. Was haben wir für uns? Ich muss nicht zu können. Ach, da oben. Okay. Hallöchen. Ein süßes Tier. Okay. Das ist der vom Anfang, oder? Ganz am Anfang, als er gegen die gekämpft hat. War er das nicht? Was macht er jetzt? Gibt Hero das Arc? Ich glaube, er hat ihn nicht gerecht. Hm. Gut, wenn ich etwas aufmache, wie man sieht. Gut. Gut. Ich bewache Horus mit meinem Leben, weil er für das Meine kämpft. Ich habe Hero den Amt gegeben. Es ehrt mich, dass ihr meinem Rat gefolgt seid. Hero wird zum Wachtturm zurückkehren. Wenn ihr ihn seht, zeugt ihm Respekt. Er mag Granatäpfel. Habe ich genug von. Okay. Ich bin im Kampf geübt, aber ein Grab würde ich nicht schenken. Der Sterbliche, der auf euch wartet, scheint nicht solche Skrupel zu haben. Okay. Bringen Sie nicht so viel. Zieht also. Ich werde hier... Ob er uns noch was sagen kann hier. Blöd. Habe ich da nur wegen so einer Kacke nicht weiter. Er ist nicht schon so ein bisschen. Ah ja. Die fremde Gott. Ich schätze eine Arbeitspause. Vielleicht noch etwas über die Tierwelt. Ich ziehe meine Werkstatt dem Nervenkitzel der Jagd vor. Die toten Weiten lockten einst Jäger aus allen Teilen des Landes an. Sucht sie auf. Ich schätze eine Arbeitspause. Den mächtigen Stachel können wir jetzt bauen. Ist nicht schlecht. Das machen wir auf jeden Fall. Wir müssen unsere Waffe ausrüsten. Und? Kupfer jetzt brauchen wir dafür. Wir müssen aber unsere... Ne. Das haben wir schon, ne? Mächtige Steinwitze. Wir brauchen Kupferbarren für. Lass uns doch mal Ultimative erstacheln. Da brauchen wir richtig viel für. Aber den können wir doch machen. Da brauchen wir nur Kupferbarren. Oh, Heino, weiß ich was nicht. Ich verernt. Kupferbarren. Mach mal. Gut. Und jetzt? Wollen wir mal diese... Äh, die. Wo fehlt noch einer? Okay. Noch eins. Und den. Wurde mich, wie viel ich hab. Jetzt. Die bauen wir auch. Perfekt. Easy. Kann man auch nochmal irgendwas bauen? Wollte ich mich jetzt machen, aber... Gut. Da haben wir noch einiges zusammenbekommen. Ich schätze eine Arbeitspause. Ihr habt mich inspiriert weiter... Gut, wir gucken mal kurz nach unsere Waffen. Wir haben die Juppe. Starre von Baku. Gewöhnlich. Huch. Bin ich vorher gar nicht benutzt. Hey, die hatten wir doch... Die haben doch schon rausgetauscht und nicht verkehrt. Bin ich sicher. Gut. Gut, haben wir noch ein paar Steinchen? Echt? Was? Windrelicken. Machen wir noch mal kurz. Und zum Schaden darauf. Gut. Dann haben wir das schon mal fertig. Da haben wir schon mal was drin. Das ist doch nicht schlecht. Gut. Dann müssen wir jetzt vielleicht nochmal den Händler fragen. Vielleicht weiß der was über diese Tierwelt. Das ist ja der letzte, wenn wir fragen können. Noch ein paar Quests. Oder können wir noch was abgeben hier? Dann können wir auch trinken. Und wir können alle mitnehmen. Händler, Händler. Da. Da. Da ist ja was darüber. Sprecht. Oder ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ihr seid. Mit den üblichen Schädlingen werde ich gerade so fertig. Ich bin kein Jäger, aber ich komme zurecht. Aber habt ihr die riesige Skorpionhöhle in den toten Walten gesehen? Der Gedanke an so viele Skorpione. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ich möchte noch ein paar und den haben ihn mal. Ein gewisser gefiederter Freund möchte sich bei euch bedanken. Das ist alles nicht schlecht. Gut. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Nee, nee. Wir reden jetzt mit dem Kollegen hier im Mann. Vielleicht weiß der was drüber. Oh ja. Bis ihr mich wieder segnet. Ich werde üben, während ihr weg seid. Es könnte nützlich sein. Okay, da weiß auch nichts darüber. Wie haben wir denn noch hier? Noch einer? Wer kann denn noch was wissen über... Ja, kann ja sein. Hier ein paar steckt ja noch was darüber weiß. Ja, gut so. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Quest fertig machen soll. Ist ja auch anscheinend... Ich glaube, wir müssen einfach die nächste Quest machen. Ja, ich glaube, wir müssen in die nächste Quest reingehen, weil sonst bringt es das Ganze nichts. Wir haben ja so viel lange rumgetorkelt. Ja, also ich weiß nicht, das geht nicht, also ich würde die nächste Quest jetzt machen, weil das wird ja echt langsam zu blöd, wenn man hier rumgeht und mit allen Leuten versucht zu reden. Und hier irgendwas geben. Und hier irgendwas geben, vielleicht hilft. Hilft. Und hier teilen, was es hier braucht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, da ist nichts. Ja, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, was man machen muss. Ähm, ja. So, rufen wir beim nächsten Mal, ähm, heute machen wir aber nichts mehr, müssen wir beim nächsten Mal schauen, woran das liegt, denn ich habe keine Ahnung. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal trotzdem noch dabei. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.